Fahrstuhl Nach oben Lass mich raten, oben wartet jetzt der nächste König auf mich Nein, der Kaiser, weil der König ist ja schon tot Oh mein Gott Wenn ich die Totenköpfe schon sehe Oh nein Oh, Explosive Oh, ich kann nichts mehr mitnehmen, ne First Aid kann ich immer noch gebrauchen Ne, ein Rohr nehme ich jetzt nicht Ich habe mein Toma gerade erst gefunden Ja, ich habe alles Die Pillen Ich will die Pillen Der kann ja nochmal welche fressen, oder? Ich kann nichts mehr mitnehmen, ne? Ich kann nichts mehr mitnehmen, ne? Ich kann nichts mehr mitnehmen, ne? Das sind gar nicht möglich, ne? Ich kann nichts mehr mitnehmen, ne? Oh, ich kann nichts mehr mitnehmen, ne? Ich kann nichts mehr mitnehmen, ne? Wo ist das Rohr? So! Hallo! Wer ist denn da? Ich muss die Zellen zumachen. Welche Zellen denn? Oh, die haben die hier gemacht, ne? Oh! Hier haben die die gemacht. Ah, okay. Hätte ich die auch einfach einsperren können? Die Zellen sind zu. Die Zelle, die muss auch zu. Diese Musik? Und durch da. Ähm. Komm ich da nicht rein? Da unten ist irgendwo ein Schlüssel. Irgendwo hier wird ein Schlüssel rumliegen, oder? Lass mal sehen. Haben Sie einen Schlüssel dabei? Okay. Okay. Was? Du bist der Videospiel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ist jetzt eigentlich egal, kann ich die auch auflassen? Weiß ich nicht Aber hier muss doch jetzt irgendwo, hier liegt jetzt random irgendwo der Schlüssel rum Schöne 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich lasse den Code für dich. Office 1 aus Use, Office 2 wird so... Okay, da ist eine Spinne drin. Ja, komm raus. Die Fall ist doch. So. Ich will meinen Baseballschläger haben. Der ist schön. Neun. Ohne. Ich seh sie nicht. Scheiß Spinne. Jetzt hab ich die Nahe nicht gehört, aber ich glaub so wichtig war sie nicht. Da ist eine Neun an der Wand. Ach so, wahrscheinlich 1, 2, 3, 4, ah, okay. Sieben. Okay, die Eins ist eine Eins. Die Zwei ist eine Neun. Drei. Eins, neun, drei, sieben, ne? Ne, eins, neun, sieben. Eins, neun, sieben, drei. Eins, neun, sieben, drei. Eins, neun, sieben, drei. Ja. Ah. Und rein. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich hier bin. Das ist wie Resident Evil, wo sie alles irgendwo reingebaut haben. Und es wird immer mehr. Ja. Ja. Es gehört alles dazu. Geht man nicht immer da rein? Oh nein. Da war irgendwas mit Crouch und so. Muss ich das jetzt auch machen? Dann bin ich tot. Die sind doch auch schon tot, oder? Was soll ich tun? Warte mal, da steht was. Was soll ich machen? Stand and wait for gas release. Jump and crouch. Okay. Ah. Okay, das ist cool. Das kann ich dann doch. Was zum Teufel haben die hier gemacht? Nein. Ihr hättet damit niemals anfangen sollen. Wie immer, wenn sowas passiert. Es ist doch die ganze Zeit immer so. Und am Ende fragen sich alle immer, hätte man das tun sollen. Ist das jetzt unlockt da hinten? Nee, ne? Doch. Oh Gott. Da wurde aber ganz schön geballert. Das ist doch noch ein bisschen geballert. Was hat mich denn hier jetzt auf einmal verprügelt? Was ist das denn? Was ist das? Wo denn? Alter wo denn? Ich seh's nicht mal! Ist das Ding unsichtbar? Ich seh's nicht mal gesehen! Ach das ist das Gas! Ach es ist das Gas was mich halluzinieren lässt! So wir machen jetzt noch bis halb dann mach ich aus! Wenn zum Hype nicht! Also ich weiß nicht wie lange das Spiel noch geht! Ist lustig auf jeden Fall! Das ist unglaublich viel zu lesen! Ich hab aber ehrlich gesagt keinen Bock mehr das zu lesen! Was auch immer das ist! Wobei was ist das? Ich will wissen was das ist! Jetzt Instabilismus! Power Cell! Okay! Wahrscheinlich um ihre wahnsinnigen Kreationen abzupowern! So das Gas ist aus! Das Gas ist aus! Wir gehen nach haus! Haben wir euch eigentlich erste Hilfe? Ich hab mal erste Hilfe genommen! Was ist mir hier auch noch bei ne? Um halb machen wir aus! Wenn wir dann nicht... Oh Gott was ist das? Will ich wissen was das ist? Wird es mich infizieren oder fressen? Hm? Was ist das? Nein, nein, nein. Das hat nicht gereicht. Irgendwas hat nicht gereicht. Kann ich außen rum? Nö. So, soll alles aus sein, ne? So, jetzt ist alles aus. Und wieder rüber, Geronimo. Aua. Aua. Egal. Was ist falsch? Es soll alles an Gas aus sein. Was ist falsch? Was ist falsch? Oder muss der Gasflug hier erstmal richtig an sein? Ne, das ist doch Blödsinn. Oh, da ist hier drüben noch ein Terminal. Turn on the gas, shoot the pipes, thank me later. Okay. Ich danke dir später. Aber sterbe ich dann nicht auch? Ah, okay. Okay, so geht es also. Hat das gereicht? Ah. So, ist grün. Aber denen geht es allen trotzdem nicht gut hier. Okay. Ja. Was auch immer die erschaffen haben. Jetzt reicht's. Ignore the sign. Habe ich gemacht. First Aid. Da kommt neues Schlagwerkzeug. So 5 Minuten noch. Was machen wir hier? Aua! Halt deine Schnauze, du Müsse. Müsse durch. Oh oh, weglaufen. Ich komm hier nicht raus. Okay. Was zum Teufel ist das da oben? Ich will es zerstören. Was machen die hier? Oh natürlich. Okay. Die Shotgun ist geil. Zwei Schüsse oder sind die Dinger weg? Kann ich hier durch? Wo renne ich überhaupt hin? Kann ich noch ein bisschen Muni haben? Und komm ich hier jemals raus? Oh mein Gott. gut. Resurrecte Doktor. Herr Doktor. Herr Doktor. Wo ist denn der Herr Doktor? Doktores? Ist das der Doktor? Und was mache ich jetzt? Was mache ich mit der Powerzelle? Hier rein? Da steht doch aber auch noch eine. Die muss ich dann doch auch noch mitnehmen. Ach ja. Okay habe ich. Und jetzt? Es ist 22.30 Uhr. Ich höre jetzt auch gleich auf. Das Spiel geht echt noch deutlich länger als ich dachte. Ich muss die hier rein. Oha. Da drüben noch eine rein. Da auch noch eine rein. Oh nein. Komm raus da. Komm raus da. Das weiß ich nicht. Oh nein. 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 Jackling! Ist der Doktor sauer? Kann nicht sein. Oh oh. Oh oh oh. Papa wechsel wäre gut. Das war's. Ich hab gleich keine Bulli mehr. Ich kann dem jetzt nix mehr, außer ich kann dem jetzt nix mehr tun. Ich kann dem jetzt nix mehr tun. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich balle den einen Headshot nach dem anderen rein. Ein Schuss noch. Das war's. Mit Nahkampf kann ich denen doch kaum was, oder? Ich muss blocken. Ich muss den anderen Hammer nehmen. Aber ich wollte blocken. Das war's. 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 Okay ich bin weg. Ich bin so gut wie weg, oder? Moment mal. Oh Gott ich muss weg. Herr Doktor nein. Okay ich muss warten bis er da rauskommt. Nein! Nein! Was habe ich getan? Nein! Nee komm ich bin durch. Ich komm da nicht mehr raus. Ich komm aus dem Menü nicht mehr raus. Wie bin ich denn das Menü rein? Ich komm aus dem Menü nicht mehr raus. Musst du die Elektrik vielleicht erst mal zerstören nach dem Motto es ist ein Schild? Musik